Es lebt im Wald, es isst Nüsse und Eichel und wohnt in einem Baum und hat sich ein Loch rein gemacht, dass er auch da drinnen wohnen kann. Es hat sich aber auch noch ein bisschen gemütlich gemacht vielleicht. Und noch Vogeldeck mit Beuästen. Und, ähm, hat ein burschischen Spanzen, Ohrenlang und hat ein schönes Wurschenkelstel. Ist rot oder orange, hat Angst vor Menschen, klettert auch gerne auf Bäume. Das Eichelchen. Das Eichelchen. Das Eichelchen. Das Eichelchen.